Ui, jahuuu! Ui, jahuuu! Oben der Santis, unten der Seealpsee. Jutzen durchdringt die Bergwelt. Ui, jahuuu! Christian Zehnder ist auf Echo Jagd. Christian Zehnder, warum gerade das Echo? Woher die Faszination? Ja, Echo, das ist wie Pilger, wenn man Echo jagt, das sind für mich Pilgerorte oder es ist ein Pilgerweg, wo man sich selber begegnen kann. Echo ist immer auch, man wird sich über sich selber auch bewusst. Es ist irgendwie so, ich und der Berg, ich und Natur, ich und die Schöpfung. Das flüchtige Mysterium einzufangen, ist nicht einfach. Um die Antworten der Felsen zu bannen, braucht Sehnder Verstärkung. Vom Tonmeister und von Jonny, einem ausgeklügelten Mikrofonkopf, der so aufnimmt, wie der Mensch hört. Puuu! Lass mich ganz kurz den Windschutz noch dran tun. Jonny hier runter. Das Echo musikalisch zu erforschen, ist schon lange ein Herzensprojekt des passionierten Bergsteigers. Keines klingt wie das andere. Das ist wie ein Naturdilay. Die einen kristalliner, die anderen dumpfer, dann werden sie wieder läuten, dann haben wir das Gefühl, sie schiessen wieder zu einem her. Es ist nicht einfach ein Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta, das immer leisliger wird. Unberührte Klangwelten erforschen, das macht Sehnder auch im Tal. Hier bereitet er sich in einer Kirche in Zürich auf ein Konzert vor. Sehnder tüftelt gerne. Nicht nur mit der Stimme, auch mit Instrumenten. Die meisten hat er selbst gebastelt, etwa aus alten Orgelpfeifen. Ich glaube, die habe ich irgendwo in einem Brockenhaus gefunden. Das hat dann so angefangen. Und dann machst du ... Du kannst ja nur einen Ton machen. Und dann musst du es ... Und das hat mich immer interessiert, die Reduktion aufs Wesentliche wieder. Die Töne, die der ausgebildete Bariton und Countertenor sich und seinen Instrumenten entlockt, sind einzigartig. Er beherrscht den Obertongesang, singt zweistimmig, jodelt. Angefangen hatte Christian Zehnder einst mit Gitarre, doch die stellte er schnell in die Ecke. In der Gitarre habe ich mich nie mit den Leuten irgendwie in Beziehung gefühlt. Man kann sich sehr gut verstecken, sagt man es so. Und mit der Stimme ist man halt ... Man muss schon manchmal etwas blöd haben. Aber man kriegt auch sehr viel zurück. Zehnder ist schon lange im Geschäft. Mit dem Duo Stimmhorn tourte er um die Welt. Heute singt er in Opern, schreibt Musik fürs Theater, ein Leben für die Musik. Vieles entsteht in seinem kleinen Studio in Basel. Wenn er hier in seinem Iglu, wie er es nennt, an seinen Sounds feilt, gibt's nichts anderes mehr. Es sind schnell mal 24 Stunden rum, man vergisst sich dann auch und vergrabt sich, bis das Werk fertig ist. Zurück am Seealpsee. Suche nach einem neuen Standort, um Echos einzufangen. Diese sammelt der Künstler in einer App mit dem Ziel, Leute zum Wandern animieren und dabei der Stimme freien Lauf lassen. Einfach rauslassen. Einfach geniessen und rauslassen und mich in der Natur aber auch in meiner Stimme zu erleben. Hurri-Joo-Hoo! 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 Hurri-Joo-Hoo!